Hallo zusammen bei einem neuen Video von meinem YouTube-Channel Tronimo's CarHacks. Heute werde ich euch zeigen, wie man bei Doppelweb-Vergaser Typ DCOE starten kann. Bei meinem hier habe ich zwei Doppelweb-Vergaser 40er, original von Bologna, eigenhändig. Ich habe die vor ein paar Jahren, speziell bei diesen. Man sieht hier, ihr habt den Jog hier und hier nicht angehängt. Das heisst, ich muss selber den Jog machen mit dem Gasfuss und das werde ich euch in diesem Video zeigen. Also gehen wir ab ins Auto und ich zeige euch, wie es geht. So, jetzt sind wir im Auto in meinem Dazum 510 aus dem Jahr 1970. Jetzt als Erste ist, die Vergaser brauchen zuerst mal Benzin. Darum empfiehlt sich, weil diese Vergaser doch ziemlich viel Benzin benötigen, dass man eine elektrische Benzinpumpe einbaut und dass diese zuerst das Benzin nach vorne bringt. Weil eine mechanische Pumpe kann sein, dass die nicht genug Leistung bringt. Darum empfiehlt man sich eine elektrische einbauen. Ja, was tut man? Man trägt den Schlüssel, Zündung, wechselt die Kamera auf die Pumpe. Diese lässt man laufen, bis die Pumpe längsamer wird. Jetzt ist das der Fall, habt ihr gesehen? Sie wird längsamer und dann kann man starten. So, jetzt gehen wir zum Motorraum. Jetzt als nächstes müssen wir das Benzin von der Pumpe in die Leitung, in die Vergase pumpen. Das machen wir jetzt bei diesem Motor, indem wir zweimal Vollgas geben. Sieht man vorne in der Kamera. Eins, zwei. Und jetzt anlassen und dem kontinuierlich ein bisschen Gas geben. Das seht ihr jetzt vorne in der Kamera. Das braucht ein bisschen Gefühl und Übung. Also starten wir das Ding mal. Ja, fast. So, und jetzt müssen wir kontinuierlich einspitzen, bis die Schwimmerkommen gefüllt sind. Bis er anständig läuft. So, und jetzt sieht man schon, ich habe eine Thunzahl kalt. Wir haben die Aussen, Hebst, 19 Grad und die Kisse läuft knapp mit 600 Thun. Es funktioniert. Man merkt auch, wenn man Gas gibt, der ist noch nicht ganz gefüllt. Versuchen wir nochmal. Ja, ich merke, der ist noch kalt. So, und dann ein bisschen auf dem Thunzahl halten, dass die Schwimmerkommen schön gefüllt werden kann. So, das verfehlen wir nochmal. Sollte jetzt besser gehen. Wir haben es schon nicht jetzt. Man hört es von etwa 900, sagt es mir an. Ja, genau. Jetzt, die kleine Kunst ist auch, wir haben keinen Job. Das ist, wenn ich jetzt irgendwo an der Kreuzung bin, muss ich ihn am Gas halten, weil so mache ich den Kaltstart. Genau. Das Abstellen muss auch noch ein bisschen geübt sein, weil jetzt haben wir zu viel Benzin in der Verbrennkammer, in der Verbrennkammer. Und damit wir die Zündkerzen eigentlich frei blasen, geben wir nochmal ein bisschen Gas. Und stellen dann schnell wieder ab. So. Weil, wenn wir das nicht machen, kann es sein, dass die Zündkerze voll Benzin ist. Und beim nächsten Startvorgang, ja, geht es nicht oder gar nicht oder mühsam. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es hat euch etwas gebracht. Ich konnte euch etwas zeigen. Ihr werdet auch noch ein anderes Video sehen. Das blende ich jetzt oben ein. Wo ich das gleiche zeige beim Regist Web-Aufgaser von Tots & Violet. Der ist ein bisschen einfacher zu bedienen als dieses, weil der einen Elektrojob hat. Ja. Schreibt in die Kommentare. Hat es euch geholfen? Macht ihr es anders? Wie macht ihr es? Und like meine Videos und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Gionimo. Ciao zusammen.